Ein Ford Fokus ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Start-Top-Automatik, elektrische Fensterheber, Multifunktions-Lenkrad und vieles mehr. Unter der Haube gibt der äußerst sparsame Benziner eine Leistung von 101 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 3,8 Metern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 15.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.